Und weiter geht's mit Doom 3 Mit einem Typen, der uns den Rücken zugewandt hat, ähm, was man im Kriegsfall nicht tun sollte Was, wo? Hey! Ich bin hier! Seht ihr mich denn nicht? Hey! Ja, ja, hier, hier bin ich noch! Oh, du verdammte blende Sau! Ich schwöre, ich töte dich! Ich reiß dich auseinander! Selbstige Heizkürzung Ey, geil! Bang! Ja, wie gesagt, die... Ich hab jetzt was geöffnet Och, scheiß! Ach, das ist... Ich dachte, das ist ein Fenster! Okay, okay, okay Ha! Nicht mit mir! Oh, und das? Ja, genau! Schick mich doch durch die gesamte Station, du asoziales Stück! Ah! Ey, wo soll ich... Echt, wo soll ich denn noch überall hin? Das kotzt mich ja mal wieder an hier Warum ist das Licht plötzlich aus? Oh, oh, da ist was! Hey, 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 hey! Äh, 38? Ja Okay, ja Ja, dann schauen wir doch einfach mal, ob ich, ähm... Was für diese... Da Äh... 4 0 9 Scheiße Ist was aufgegangen? Oh, ich hör die ganze Zeit auch so ein Klopfen Das nervt mich grad übelst Wo ist hier was aufgegangen? Das ist doch gar nichts Was macht denn für den Stress? Lass mich durch! Ach Ich hab irgendwas geöffnet Ich will, ich will ja so gut wie jeden Jedes Secret, sag ich mal Möchte ich ja irgendwie Ecken Aber anscheinend Ich hier echt grad nicht Kann ich ja weitergehen So Dö, 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 dö Ich habe keine Angst Oh mein Gott Genau, baller einfach weiter Verballer dann der ganze Munition Muss ja nicht nachleihen Genau Wurzelt da auch noch Hey, wie wär's mit dem Typen mit Raketenwerfer? Ich schwör euch Ich fick euch auseinander Ja, du eben Genau, mach du auch noch mit Da haben wir den Raketenwerfer So Irgendwo ist ein Maggot Da Ah, hier ist alles gekauft Ammo belt Nice So Kommen wir nun zu einem Secret Das ich ganz Zufällig gefunden habe Ah, da ist es Genau Ja Ihr könnt mich ein Freak nennen Aber ich liebe Doom 3 Und ich Habe wirklich Oh mein Gott Hier hat einer gesendet gerade Und er ist zum Zombie geboren dabei Das finde ich ganz schön uncool Nennt mich ein Freak Ich Hab versucht Jedes mögliche Secret in Doom 3 zu finden Und Hey Was Du triffst meine Schulter Du Hure Genau Versteck dich Versteck dich in der Dunkelheit Du kleine Pussy Oh, da geht's noch weiter Ähm Ich habe Angst Die Zu Doch Oh Oh, 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 ganz entspannt Kinder Ganz entspannt Ja, dann würde ich sagen Gehen wir mal weiter Hat sogar ein bisschen was gebracht Nicht viel, aber ein bisschen So, und damit haben wir ein weiteres Secret abgehakt. Dann würde ich sagen, hier haben wir nichts mehr. Dann geht's jetzt zum Aufzug. Runter! Ah, ich höre! Wer geht's? Hallo! Verdammt, er kommt runter. Peng! Aber er ist tot. Keine Einzige. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Ja, wenn sie zum Feuerballwerfen ausrollen. Hat man schön viel Zeit. Hey! Hallo! Entspann dich. Ja, das hoffe ich. Die Lichter sind alle raus. Ich kann dir nichts versprechen, aber es wird schon cool. Alles klar. Aber es geht auch rechts im Weg. Weißt du, du bist voll egoistisch. Willst du immer dein Weg gehen? Halleluja! Was haben wir denn hier? Die Chaingun. So will ich das sehen. Aber weißt du was, du bist mir echt zu nah am Arsch. Ich gehe jetzt hier einfach mal und gucke, was hier so ist. Das ist nichts. Hier. Ich verdab vielleicht gerade ein bisschen die Spannung, aber... Mein Let's Play! Meine Regeln! Das ist echt... Der braucht so lange und das ist so... Mann! Soll denn das? Edwards! Warum gehen alle Lichter aus? Weißt du, so ein Mini-EMP, der dann aber wieder alles rückgängig macht vom Ende, oder was? Willst du mich verarschen? Achtung! Weiß ich doch nicht! Das kam von hier. Nein. Hier ist nichts. Ja, komm, 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 komm! Edwards, weiter! Lass mich doch mal durch. Oh, ein Impf! Und es ist dunkel. Aber zum Glück leuchtet mir Edwards. Das war doch nicht knapp. Knapp war die Scheiße, die ich hier die Stunde vorher schon erlebt habe. So. Gehen wir mal hier runter. Wo, wo, wo? Yay! Ich hab' meinen Rucksack gefunden. Rucksack mit Munition. So, wollen wir das noch haben. Sector Clear! Wow! Scheiße! Am Arsch Sector Clear! Ey, fuck! Okay. Oh, shit. Na! Der Taschenlampe soll funktionieren. Edwards! Sieh zu! Jetzt mal ehrlich. Guck mal, du musst auch bedenken, ich mach' ein Let's Play und es darf auch nicht ewig gehen. Und du chillst hier rum, weißt du, es geht um dein Leben. Und du chillst hier rum. Wo, wo? Wow! Fuck! Wo kommt der denn her? Alter, ich murk's dich gleich ab, du dummes Kind. Leider! Fetzen, ey. So, gehst du vor, geh' ich vor. Oh, shit, da kann man in... Wow! Hinter mir! Keine Sorge, Edwards! Edwards, wo bist du? Nein! Edwards, wir waren doch beste Freunde! Aber es ist nicht anders, wir dient. Okay. Ah, 9.30. Mal schauen, haben wir was zu 9.30. Bla. Bla. Nein. 1.02. 1.02. 1.02. Sehr schön. So. Langsam hab ich euch echt wieder richtig Bock auf Horrorstimmung. Und... Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Mensch, der eingewickelt und aufgehängt wurde. Sind hier etwa... die Predators? Die Predators? Ah, ne, die heißen Predators. Oh, Gott, Mann. Ich... Oh, boah! Spring da rüber. So. Sind hier etwa die Predatoren? Ey, jetzt haben wir Predatoren. Oh, mein Gott. Dum, 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 dum. Das ist alles voller Spinnbebe. Oh, Gott. Da ist etwas... vielbeiniges. Ich hasse vielbeiniges. Nein. Eigentlich nicht. Okay, es kommt auf die Größe. Aber ich hab keine Phobie, oder so. Das muss ich schon mal sagen. So, was haben wir denn hier? Oh, mein Gott. Eine Spinne. Oh, mit einem komischen Kopf. Warte, das ist ein Menschenkopf. Ein umgedrehter Menschenkopf mit acht Augen. No! Okay. Dann holen wir die Leiter. Was? Die Leiter will nicht funktionieren. Schneller. Oh, oh. Es kommt immer mehr. Oh, mein Gott. Oh, verdammt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich hasse die Fiecher. Oh, mein Gott. Oh, fuck. Ich hab so leicht das Gefühl, ich verkacke gerade. Obwohl... Ist die Leiter oben? Der ist immer noch nicht oben. Wo ist sie? Mann! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Oh, stopp. Geht doch. Ich muss da nur noch mal hinkommen. Ah, geht hoch. Hallöchen! Oh, fuck, fuck. Nicht nachladen. Nicht nachladen. Fuck, fuck, fuck. Wow! What the fuck? Scheiße! Einzelne sind die echt Pussy-Kram, aber wenn man die so zu dritt oder zu viert, dann ist das schon was Ernstes. So. Wir haben auch wieder ein Part rum und ein Level geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns in den Alpha Labs 3. Bis dahin!